In den letzten beiden Jahren hat die Anzahl illegaler Migranten, die nach Lampedusa kommen, stark zugenommen. In diesem Jahr allein sind bereits 144.000 Menschen angekommen, eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahr. Die italienische Regierung gibt zu, dass die Migrationsströme nach wie vor außer Kontrolle sind. Kürzlich stoppte die italienische Küstenwache ein Fischerboot mit rund 400 Personen und eskortierte es in den Hafen von Lampedusa, wo die Migranten von Ruhk-Kreuz-Mitarbeitern empfangen und im örtlichen Hotspot untergebracht wurden. Die Anzahl illegaler Migranten ist im Vergleich zum Vorjahr um 69 Prozent gestiegen, von 85.282 im Jahr 2022 auf 144.039 im laufenden Jahr 2023. Dies stellt eine erhebliche Zunahme dar. Das italienische Innenministerium gab bekannt, dass die Zahl im Vergleichszeitraum 2021 sogar noch geringer war mit 53.426 Ankünften in den ersten zehn Monaten. Rom räumt ein, dass die Migrationsströme immer noch nicht vollständig unter Kontrolle sind.